Der Ralf hat ja in der letzten Woche dieses schöne Video über die YouTube-Pfeifenraucher-Community eingestellt. Und das fand ich eine ganz großartige Sache und sicherlich auch eine Fleißarbeit. Ich habe eine Galerie gefunden zu Pfeifenrauchern aus aller Welt, berühmte und weniger berühmte, die mir überhaupt keine Mühe gemacht hat. Und der Grund dafür ist, dass ich das ganz einfach auf einer Internetseite finden konnte. Denn hier, hier zwischen dem Lago Maggiore und dem Lago Varese liegt die Firma Brebia. Die kennen wir ja. Das ist eine Firma, die uns ja durchaus von ihrem Namen her bekannt ist. Und auf der Brebia-Website, da gibt es eine tolle Galerie und die lasse ich einfach mal ablaufen, ohne jetzt noch viel dazwischen zu kommen. Und das ist ein bisschen Quatsch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020